Und ein Moinzen zum dritten und letzten Teil von diesem Audio-Dreiteiler. Letzter Part war ja Aufsichtsrat, Vereinspolitik sehr, sehr lange geworden und VfB-News noch kurz und knackig. Das Mischmasch, was man da so kennt aus meinen Videos immer wieder. Und jetzt eben Nationalspieler und natürlich Vorbericht auf Hoffenheim gegen den VfB. Gehen wir rein, Nationalspieler, wurde ja schon berichtet und wurden auch schon Aussagen dazu getätigt, schon bevor die Nominierung offiziell wurde. Nämlich zum Beispiel mein Handy ist sowieso immer an von Maximilian Mittelstedt, auch eine schöne Aussage. Und auch da witzigerweise, da kam ja jetzt dann auch, muss ja nichts irgendwie großartig besonders irgendwie aufschieben oder so. Wir wissen ja alle, wer nominiert wurde, aber auch da Thema Klinsmann, da der damals scheinbar, oder wurde zumindest so berichtet, so Liste und sowas geführt, dass er bei der Hertha war, wer, wie, Potenzial und so Geschichten. Und da stand dran, Maxi Mittelstedt, 22, Top-Talent, großer Mehrwert möglich mit über 20 Millionen. Klinsmann hat es schon immer gewusst. Und was eben dann berichtet wurde oder ja, schon mal geleakt wurde, wie auch immer, Führig, Anton Mittelstedt und Unterf, vier Stars vom VfB bei der deutschen Nationalmannschaft dabei. Und auch da muss man sagen, jeder absolut verdient und jeder logisch absolut Leistungsprinzip. Und auch da schon mal ein großes Lob an Nagelsmann. Das ist sehr, sehr gut und sehr, sehr wichtig, weil das konnten wir ja schon teilweise in den letzten Jahren oft unterstellen, dass vielleicht Leistungsprinzip und so Geschichten nicht unbedingt immer ausschlaggebender Punkt Nummer 1 waren bei solchen Entscheidungen, sage ich mal. Und auch ganz, ganz witzig war auch, Seru Girasi hat das einfach auch geleakt. Auch der hat schon früher geschrieben, auf Englisch natürlich, hat quasi gratuliert an Dennis, Maxi, Chris und Valdi für die Nationalmannschaft. Auch der hat auch schon früher geleakt, auch witzig auf Twitter. Und dann haben wir uns eben der komplette Kader, Baumann, Leno Neuer, Ter Stegen im Tor, Anton, Beste, Hendricks, Kimmich, Koch, Mittelstedt, Raum, Rüdiger, Tahr, Verteidigung, Andrich, Führig, Groß, Gündogan, Groß, Musiala, Pavlovich, Würz und im Angriff Bayer, Fülko, Kavertz, Müller und Undaf. Ja, und damit haben wir jetzt einfach einen Viererblock an VfB-Spieler drin, damit auch den zweitgrößten Block. Die Bayern haben ja noch fünf Stück, Neuer, Kimmich, Musiala, Pavlovich, Müller. Wir vier Stück und Leverkusen hat dann drei mit Tahr, Andrich Würz. Absolute Macht, absolute Macht in Deutschland. Das ist unglaublich, das ist absolut endgeil. Wir haben natürlich auch eine Pressekonferenz dazu, eine Erklärung quasi dazu von Nagelsmann. Und auch der hat dann nochmal gesagt, zurzeit der beste Linksverteidiger in der Bundesliga und laut Statistiken auch Top-4-Linksverteidiger der Welt, das sei durch Daten belegbar, hat Nagelsmann gesagt. Absolut endgeile Aussage. Generell hat er zu den VfB-Spielern gesagt, dass es natürlich auch Schwung ist und Schwung mitbringt, dass sie sehr, sehr gut spielen diese Saison, dass er auch noch zwei, drei weitere vom VfB nennen könnte, mitnehmen könnte. Anton ist ein richtig guter Verteidiger, sagt er, auch mit einem Offensivdrang und auch einer eben, der immer alles geben wird, auch wenn er nicht den Anspruch hat oder nicht die Erwartung hat, jedes Spiel voll zu spielen beim DFB. Und auch da, wie gesagt, Mittelstädt einer der stabilsten Linksverteidiger in der Bundesliga. Statistisch gesprochen, bei weitem der Beste, wie auch schon gerade gesagt. Führig, extrem wertvoller Spieler, 1-gegen-1-Fähigkeiten, guter Abschluss. Und das kann alles sehr, sehr wichtig werden, wenn man mal noch ein Tor braucht, natürlich. Und Undaf auch natürlich große Fähigkeit, Räume zu erkennen und sowas. Geht viel, arbeitet viel, läuft viel und hat einen sehr, sehr guten Torriecher. Das sind die Aussagen von Nagelsmann zu den Spielern. Und auch er, nochmal erwähnt, explizit die Namen Stiller und Wagnoman, als auf die VfB-Spieler angesprochen wird und meint, dass man auch sie problemlos hätte einladen können. Auch da sehr, sehr krasse und sehr, sehr schöne Aussagen. Gerade mit Stiller soll wohl Kontakt da gewesen sein, mit ihm geschrieben. Will ihn aber auch nochmal anrufen, um kurz mit ihm zu reden. Und deutet auch so ein bisschen da an, in der Aussage, dass er das nicht bei jedem tut. Sagt aber nicht, dass es was Besonderes ist in dem Sinne für Stiller, für seine Leistungen das zu würdigen quasi. Sagt aber auch, dass er definitiv noch Chancen hat, wenn er die Leistung hält. Also vielleicht auch im Hinblick zu einer EM, weil das ist vielleicht der einzige Spieler. Wagnoman war auch schon mal dabei, ja. Aber ich finde mit der Leistung, gerade über die Saison gesehen, wäre das noch sehr gutmütig gewesen, ihn mitzunehmen. Stiller aber, gerade im Vergleich zu einem Pavlovich und sowas, auch gerade was eine komplette Saison-Performance angeht und sowas, wäre es so der einzige gewesen, wo man noch sagen könnte, ja, für den tut es vielleicht leid. Oder der hätte vielleicht auch noch mitgehen können, Stiller auf jeden Fall. Ist das so der Nummer-ein-Spieler noch? Aber ey, wir haben vier Jungs dabei. Wir haben vier Spieler dabei. Also damit können wir uns mehr als zufrieden geben, glaube ich. Auch wenn die natürlich alles verdient haben. Also es wurde uns nicht geschenkt, dass die jetzt dabei sind, so wie ich es nicht meine. Aber sehr zufrieden damit sein, dass V4, VfB-Spieler, deutsche Nationalspieler sind. Drei neue geworden und einer zum zweiten Mal. Absolut geil. Und der VfB hat auch das gemacht, was ich fast dann auch gemacht hätte, nämlich gesucht, wann das letzte Mal der Fall war. 2010, als beim Länderspiel gegen Malta, 13. Mai 2010, 3-0-Sieg, Kakao, Taski, Tresch und Sami Khedira dabei waren. Da war das letzte Mal der Fall, dass tatsächlich vier VfB-Spieler bei Deutschland mit am Start waren. Und das heißt auch, dass es echt mal wieder Länderspiele sind, die ich mir vielleicht sogar ein bisschen näher noch angucke als die letzten. Weil, muss man ja auch sagen, ich bin nicht der Einzige, der so ein bisschen die Lust daran irgendwie verloren hat. Aber dadurch, dass jetzt eben so viele dabei sind, klar, die werden nicht alle vier Stamm spielen. Ist auch klar, gucken, wie viel Einzelzeit sie dann bekommen. Ich glaube, Mittelstadt hat tatsächlich mit die größten Chancen zu spielen. Außer er macht halt diesen billigen Move und bringt halt weiter in den Raum, nur weil er halt oftmals dabei war. Aber vom Ding her, im Kader her, musst du eigentlich einen Mittelstadt hinstellen. Auf seiner Position ist der da eigentlich mit am klarsten von den VfB-Spielern. Weil klar, Anton, hast du auch Konkurrenz. Du hast Konkurrenz bei einem Führig, hast Konkurrenz vorne drin beim Unterf. Aber Mittelstadt, links verteidigt auch so, wie er es sagt, der Beste in der Bundesliga und sowas. Ich glaube, Mittelstadt hat echt mit die größten Chancen auf viel Einzelzeit in den beiden Testspielen und eben auch gegen Gegner, die interessant sind. Frankreich am 23.03. in Frankreich, 21 Uhr. Und gegen Niederlande, gegen Holland, 26.03.2045, dann in Deutschland. Ja, das sollten wir auf jeden Fall auch dann liefern. Das sollte die Nationalmannschaft irgendwas bringen, irgendwas zeigen. Weil einzige Pause noch, einzige Länderspielpause, bevor es dann in die EM geht eben im Sommer nach der Saison. Das heißt, da musst du schon auch jetzt schon ein bisschen Hype entfachen können. Plus heißt eben auch diese Nominierung jetzt. Natürlich wird, vielleicht wird die nicht 1 zu 1 sein wie im Sommer. Aber wenn du jetzt nominiert bist, ist eine gute Chance da, dass du es auch halten kannst, bis für die EM-Nominierung. Plus eben auch im anderen Sinne, wenn du jetzt noch nicht nominiert bist oder diesmal nicht nominiert wurdest oder generell noch nicht nominiert wurdest diese Saison, wie jetzt eben bei dem Stiller zum Beispiel, kann natürlich der Weg dahin, noch dann quasi zum ersten Mal dann bei der EM-Nominierung zum ersten Mal nominiert zu werden, schon weit und sehr schwer sein der Weg. Ob das noch möglich ist, aber mal abwarten. Und auch da muss man sagen, sehr, sehr geiles Promo-Video von Deutschland hier für die neue Trikots. Für die EM-Heimtrikot finde ich auch, sieht sehr, sehr geil aus eigentlich. Ja, vom Ding her cool, dass es so ein bisschen die Richtung geht von dem WM-Trikot 2006, so ein bisschen Sommermärchen aufleben lassen. Andererseits ist das halt genau das Design, der Verschnitt, den jetzt halt, wen haben wir denn da, ist das Adidas? Bin mir gar nicht sicher. Überall hat, bei jeder Nation, die es irgendwie ausstattet. Deswegen macht es dadurch auch irgendwie überhaupt nicht mehr so besonders. Außer das Trikot, ja, ist halt mal ein bisschen was anderes. Ich weiß gar nicht, ob ich es scheiße finde oder also scheiße finde im Sinne von schön finde oder nicht schön finde, keine Ahnung. Aber zumindest mal das Heimtrikot gibt schon was her, wobei es natürlich noch ein bisschen besonderer hätte sein können, als es jetzt eben dann dadurch ist, dass eben für die Nationen ähnlich aussehen. Und das auch manche so ein bisschen verschmähen mit quasi, das kriegst du mitgeschickt, mitgeschenkt bei irgendwelchen Nivea-Aktionen und sowas. Auch ganz witzig eigentlich der Vergleich, aber zumindest mal in Ordnung die Trikots, sag ich mal, um dabei zu bleiben. Eigentlich wollte ich ja darauf gehen, dass dieser Clip echt, echt geil war. Der Promoclip für das Trikot und so. Sehr, sehr cool gemacht, sehr hip gemacht, sehr modern gemacht und sowas. Gutes Ding auf jeden Fall und eben auch mit ein paar Themen, die da drin gesellschaftlich mäßig und sowas auch angesprochen wurden. Sehr, sehr gut. Und zum Abschluss noch von Nationalmannschaften gehört natürlich auch die Jugend dazu. 18 VfB-Talente nominiert. Auch ein sehr, sehr geiles Zeichen. Unter anderem drei Torhüter, Junge. Dennis Simon, U19, Hellstern, U17, Walz in der U15. Also die Zukunft scheint gesichert auf der Torhutposition. Natürlich Max Herwerth, U17-Weltmeister und so Geschichten mit dabei. Lauren Ulrich und sowas. Sehr, sehr viele. Geht es nicht alle durch, aber mal festhalten. 18 VfB-Talente nominiert im Nachwuchs. Also zwischen U15, 17, 19 und so weiter und so fort. Sehr, sehr geil. Auch ein gutes Zeichen für den VfB Stuttgart. Und dann kommen wir zu Hoffenheim gegen Stuttgart. Wie immer zuerst ein bisschen Personallage, PK-Aufstellung und danach zum Spiel. Ja, Roh, wie gesagt, vier bis sechs Wochen raus, wurde er erfolgreich operiert. Auch da interessant. Natürlich bei Hoffenheim fehlen auch ein paar Leute. Die haben einfach rote, glattrote Karte und gelbrote Karte gesammelt. Brooks und Kapak dann in Frankfurt war es ja, glaube ich. Das heißt, auch da fehlen zwei Innenverteidiger, wie bei uns ja auch. Daxo und Rouault. Also beides auf ähnlichem Niveau. Und ich glaube, auch noch einen anderen Stach ist auch noch so ein bisschen fraglich gewesen, zumindest nach dem Spiel. Ja, Ito auch. Kleiner Trainingsunfall. Musste abbrechen. Konnte aber wieder Teil des Trainings mitmachen. Ich gehe davon aus, dass er morgen voll trainieren kann, meinte Hoeneß. Ist ja immer am Donnerstag. Die Pressekonferenz, also da schon mal, ja, sage ich mal, positiver gestimmt pro Ito, dass das funktioniert. Und auch er natürlich, Hoeneß, schöne Worte gefunden zur Nominierung von den Jungs. Ein riesen Kompliment an die vier Jungs. Ich freue mich, dass sie sich zeigen können mit der Jäm im eigenen Land vor der Brust. Auch für den VfB ist es großartig, dass wir vier Spieler beim DFB dabei haben. Das ist eine Bestätigung für uns alle und für die Saison, die wir spielen. Es ist schön zu sehen, dass die Leistungen gesehen werden. Wir sind stolz. Das ist auch sehr, sehr gut. Ja, und da Personallage. Hoeneß ist ja immer einer, der es einfach immer so nimmt, wie es ist und immer gut wegmoderiert. Gibt keinen Grund zu hadern oder zu jammern. Wir werden eine schlagwürdige Mannschaft auf den Platz bringen. Auch Hoffenheim hat zwei Ausfälle in den Verteidigungen. Das ist bei uns auch so. Wir müssen Lösungen finden, strukturell und inhaltlich. Ist natürlich auch für ihn nochmal ein besonderes Spiel. Ex-Verein bei Hoffenheim. Bisher gab es auch nur Heimspiele gegen seinen Ex-Verein von Hoffenheim. Jetzt ist das erste Mal wieder auswärts dort bei ihm. Ja, in Sinsheim bist du noch nicht mit dem VfB angetreten. Ist ein besonderes Spiel für mich auch, weil man viele Menschen trifft, die man lange nicht gesehen hat. Außer der Klassiker bei so Fragen. Dann, was ist das für ein Spiel für sie? Dann über den Gegner. Man hat im Hinspiel schon gesehen, welche Effektivität sie an den Tag legen können. Sie sind tabellarisch aktuell gut unterwegs. Die Hoffnaben sind schwer zu bespielen. Sie haben richtig gute Akteure auf dem Platz. Sie müssen hoch konzentriert sein. Für mich ist es wichtig, dass wir dort eine enorme Klarheit und Zielstrebigkeit auf den Platz bringen. Dass wir mit einem guten Spiel und guten Resultat in die Länderspielpause gehen. Absolut richtig und wichtig. Und auch das, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, dann ausführlich. Es wird ein besonderes Aussatzspiel mit großer Unterstützung. Ich muss aber auch anmerken, wir haben in den gegnerischen Stadien immer einen tollen Support. Darauf können wir uns verlassen. Und auch das wichtig. Und da merkt man auch nochmal, auch von den Spielern, auch von den Trainern, auch von den Funktionären generell. Dass da auch wirklich mit dabei eine sehr, sehr große, ja, das immer wieder groß angemerkt wird. Eine große Wertschätzung dafür da ist, dass die Fans das liefern, das abliefern, was sie abliefern. Hat auch Hünnes auch schon im Abschiedskampf immer wieder betont. Auch schon als er kam. Sehr, sehr wichtig. Gutes Gefühl für uns Fans natürlich dann auch. Aufstellung, musst du halt ein bisschen gucken. Nübel dürfte klar sein, Mittelstadt auch. Ito, Ruho fällt halt Ruho auf jeden Fall aus. Ito, denke ich mal, wird das schon noch packen. Dann ist halt wieder die Frage, was du dann da machst. Anton wird wahrscheinlich wieder fit sein, hoffe ich mal. Und auf rechts, oder wieder voll fit sein. Der hat eh gespielt gegen Union, aber eben erst von der zweiten Halbzeit aus. Dann ist eben die Frage, was machst du rechts? Stenzel, Wagnermann, was machst du da in die Richtung? Letztes Mal war es ja schon so Dreierketten-mäßig und Wagnermann, ja, rechter Wingback-mäßig. Da kannst du Stenzel und Wagnermann spielen lassen. Wir gehen jetzt wieder zurück zu normalen 4, 2, 3, 1. Das heißt, vorne würde auch wieder einen Platz frei werden. Denn, ja, für einen Undaff zum Beispiel, der jetzt ja auch bisher immer nur nach Einwechslung kam, das sind so ein bisschen die Fragen. Aber, ja, kriegt man alles ersetzt. Das ist so ein bisschen der Blick auf die Aufstellung. Kein richtiger Tipp dabei, weil es ja eh immer so Einzelrotationen gibt. So ein, zwei Optionen gibt es immer. Ist ja eigentlich alles immer recht ähnlich, aber eben in ein, zwei Formationen immer unterschiedlich dann. Und man kann ja aktuell eh gefühlt mit allem leben, was da kommt. Also, ne, wir werden da, wie Söns auch gesagt hat, wir werden da eine gute Truppe hinstellen. Das ist ja ganz, ganz klar. Aber, ähm, was ich mir gut vorstellen könnte, wäre vielleicht, dass Undaff wieder dazukommt. Undaff, äh, Gerasi, die Kombo. Und damit würde eben vermutlich einer von Stenzel-Gerasi, äh, Stenzel-Wagnermann, ähm, wegfallen. Damit eben der andere den Posten vorne übernimmt. Ähm, warten wir aber einfach mal ab. Am Samstag, 18.30 Uhr haben wir die Topspiel-Ansetzung bekommen. Ist es dann Sascha Stegemann, äh, der Schiedsrichter. Christian Dingert, äh, am, am, am TV. Und da kam man auch sofort so ein bisschen raus, ne, so, so diese Richtung von Hintertorkamera hoch und sowas, ne. Das war so ein bisschen das, was dann hochkam aus dem, äh, Wiesbaden-Spiel. Aus der, äh, ja, Geister, Geisterspiele, Rückrunde, Endspurt, Zweiter Liga, Aufstieg, Zeit, äh, ganz, ganz wilde Tage, ganz, ganz schlimme Tage auch irgendwo. Ähm, ich glaube, das müssen dann wohl die Kombi auch gewesen sein oder irgendwer von denen aus der, aus der Schiedsrichter-Ansetzung für Samstag, dass auf jeden Fall was, was angesprochen wurde. Ähm, bevor ich jetzt hier gleich zu den, ja, zum, zum Vorbericht kommen quasi, zum emotionalen Vorbericht kommen, ähm, zum Spiel, zu den Fans und so weiter und so fort. Erst noch, ähm, wie, äh, immer nochmal ein paar Daten, ein paar Bilanzen, Statistiken aus dem Podcast statt. Auch hier war der, der, der Hinweis, Donnerstag, 16 Uhr, ging das Ding schon online, gerne reinhören. Ähm, und, ähm, ja, wie immer auch da nicht alle Punkte, die ich da nenne, also den kompletten Einspieler hört er im Podcast statt, aber eben viele Punkte oder die meisten Punkte übernommen natürlich. Ähm, Platz 7 gegen Platz 3 ist es, äh, trotzdem trennen uns 25 Punkte nach, äh, 20 Punkte nach 25 Spieltagen, so rum. Ähm, wir sind halt da jetzt mittlerweile echt seit 8 Spielen in Hoffenheim sieglos, seit 8 Spielen dort nicht gewonnen, das ist schon hart. Fünfmal verloren, dreimal Unentschieden, letzter Erfolg 2013, ist lange, lange her. Ähm, insgesamt die Bilanz aber tatsächlich recht ausgeglichen, viermal VfB, fünfmal Hoffenheim, fünfmal Unentschieden. Hoffentlich ist es am Ende dann fünfmal, fünfmal, fünfmal mit einem VfB-Sieg, in jetzt aktuell 14, dann 15 Begegnungen. In der Heimtabelle Hoffenheim auf Platz 15, also echt nicht gut unterwegs. Wir auswärts auf Platz 4 in der Liga, ähm, und da muss man halt auch sagen, da komme ich gleich drauf zu sprechen, aber da das wohl akustisch, mindestens akustisch, äh, emotional, wie auch immer, ein Heimspiel wird, sei mal dazu gesagt, dass Hoffenheim in Auswärtsspielen besser ist, als in Heimspielen. Auswärtsabelle Platz 3, äh, Platz 5 Hoffenheim, VfB in der Heimtabelle Platz 3, so rum, bin da gerade verrutscht. Ähm, bisher sind uns ja im Schnitt 4.500 Fans, ähm, ja, gefolgt und dem VfB gefolgt, auswärts. Ähm, jetzt 30.000 passen in die Pre-Zero-Arena rein, das könnten wir wohl echt bis zur Hälfte gefüllt haben. Da kommen wir gleich nochmal drauf, dann zu sprechen. Ähm, beide Trainer sind Ex-Trainer, ne, Materazzo und Höhen ist es klar, bei Hoffenheim war noch stiller, äh, davor und bei, ähm, uns war mal Kabak, der jetzt eben sowieso fehlt, mit Gelb-Rot-Sperre. Ähm, Bundesliga-Vergleiche, Platz 8 gegen Platz 3 in der Passquote, Platz 7 gegen Platz 3 im Ballbesitz, ähm, also für uns, ne, an zweiter Stelle genannt, wie immer, Heim gegen auswärts. In den gewonnenen Zweikämpfen, auch da wie immer, äh, wie oft, äh, in den Vergleichen, die Nase vorne, Platz 14 gegen 4. Anton Stach und Karasso sind individuell in den Top 6 sogar, äh, in den Zweikämpfen, Stach-Klubb sogar die Nummer 2, ähm, ähm, deswegen auch da, wer nicht verkehrt, wenn der ausfällt. Ähm, in den Kopfball-Duellen ist dafür Hoffenheim besser, Platz 6 gegen Platz 12. Hoffenheim flankt auch gerne aus dem Spiel, Platz 3 gegen Platz 7, also das wird ein mittel sein, wahrscheinlich, müssen wir aufpassen. Ähm, die Kreichkaus sind wieder ein rauer Gegner, ne, ne, wenn man nach den gelben und roten Karten schaut. Hoffenheim auf Platz 3 der insgesamten Karten, wir weiter komplett fair auf Platz 18, ne, Schlusslicht, was die Karten angeht, also die wenigsten Karten insgesamt kassiert. Begangene Fouls, Platz 11 gegen 16, ähm, Laufdistanz, Hoffenheim vorne, 3 gegen 11, die sind schon ordentlich dabei, was das angeht. In den Sprints, Duell auf Augenhöhe, 13 gegen 12 und intensive Läufe auch noch Platz 10 Hoffenheim und Platz 14 bei uns, ähm, und da auch ohne was davor, da irgendwie was, was, was vorwegzunehmen, ähm, es sollte schon an der Zeit sein, auch von dem Saisonverlauf her, von dem wie Hoffenheim da durch die Liga geht bisher, irgendwie auch ganz komisch, dass die wirklich mit so, hoffen wir mal so Serien wie ein Sieg aus sieben spielen und sowas, trotzdem noch auf Platz 7 aktuell europäisch spielen würden, ist schon wild. Und wie gesagt, dieser Unterschied, 25 Punkte Unterschied zwischen Platz 3 und Platz 7 ist schon auch immens. Ähm, es sollte an der Zeit sein, da endlich mal wieder zu gewinnen, plus eben, darauf kommen wir jetzt auch gleich dann natürlich zu sprechen, aufgrund dieser Atmosphäre dort, aufgrund dieses besonderen Auswärtsspiels, das da ansteht, eigentlich Heimspiel, müssen wir ganz ehrlich sagen. VfB hat auch den Aufruf geteilt von den organisierten Fanszenen, alle in Rot nach Sinsheim. Ähm, ich muss schon mal sagen, bei mir würde es nicht ganz klappen, ich habe einfach schlicht und greifend nichts Rotes, es wird halt Trikot, roter Brustring ist dabei und von mir ist auch der rote Schal, aber habe halt so, als sonst kein rotes Trikot oder wie auch immer, werden auch die meisten nicht haben, glaube ich, aber einfach irgendwas mit dem VfB anziehen, sag ich mal. Irgendwo rot ist ja immer dabei. Ähm, und auch da nochmal, klar, der Hype ist brutal groß, der Hype ist riesig, wir haben alle Bock. Dieser Ansturm auf den freien Verkauf bei Hoffenheim war komplett krank, wieder alle rein sind und die Blöcke sofort ausverkauft waren und man eben mittlerweile auch, so wie es auch viele gerne geschrieben haben und berichtet haben, ähm, ja, bis in diese tiefen Hoffenheim-Blöcke rein ihre Karten gekauft haben, ist geil, wird ein Heimspiel, ist super, aber auch da, für die, die eben soweit gegangen sind, trotzdem, es gilt eine Stadienordnung, trotzdem, es ist immer noch gegnerische Fans, also, ne, sich entsprechend auch verhalten. Ich weiß gar nicht genau, welche Blöcke es genau sind, aber eben diese, diese Kurve von Hoffenheim, die, die Fankurve von Hoffenheim, ähm, mit den zwei Stehblöcken in der Mitte, ähm, wie wir es ja auch bei uns haben, kannst du da Kurve, darfst du auch nicht in Fan, äh, Kleidung von, von der gegnerischen Mannschaft, von der Gästemannschaft rein, darfst du da halt auch nicht, ne, und nur, weil du jetzt halt mit dem VfB da von mir aus fast sogar die Hälfte oder mehr als die Hälfte vom Stadion voll machst und da ein Heimspiel feierst und wie auch immer, wirst du trotzdem nicht nett angeschaut werden vom Ordner, wenn du quasi ein, zwei Blöcke neben dem Stehbereich von Hoffenheim, von der Heimmannschaft mit deinem VfB-Zeug dastehst oder auch von den Hoffenheim-Fans selber, wenn du da ein, zwei Blöcke, ähm, so gefühlt wie bei uns, wenn du dann gefühlt bei Stuttgart-Dortmund beispielsweise, wenn du da mit Dortmund-Trikot bei uns im Sitzbereich in der Kanzler-Kurve, äh, bist, da wirst du auch mal mindestens nicht schön angeschaut, ne, also deswegen auch da auf Stadionordnung achten, im schlimmsten Fall schmeißen sie euch raus oder beziehungsweise lassen sie euch halt nicht rein, ne, in Rot und so Geschichten dann oder in VfB-Sachen, deswegen, wer da Karten gekauft hat, in Ordnung, äh, auch in irgendeiner Form witzig oder so, sag ich mal, dass du, dass du halt bei so Klubs wie bei Hoffenheim quasi das Stadion selber ausverkaufen kannst als Auswärtsverein im freien Verkauf bis auf die Stehblöcke, also quasi den richtigen Kern, äh, von der Stimmung in Anführungszeichen bei Hoffenheim, dass du bis dahin verkaufen kannst, aber benehmt euch, ne, also kein Quatsch bauen, nicht irgendwie übermütig, äh, irgendwie mit den größten Eiern da hingehen, wenn ihr in solchen Blöcken seid, ne, das ganze andere Blöcke drumherum, die dann auch offiziell als neutral gelten, wo du sowas machen darfst, ich sag, es gibt eine Stadionordnung bei Hoffenheim und Meldungen dazu, das kann man sich ja durchlesen, wo was gilt, ähm, da ist ja in Ordnung, ne, da wird keiner irgendwie anmeckern, da ist eh sowieso noch mehr nur VfB wahrscheinlich in diesen Blöcken, grad, grad, äh, in Nähe vom Auswärtsblock natürlich, aber wenn du wirklich Karten hast als VfB-Fan irgendwo ein, zwei Blöcke tief in der offiziellen Hoffenheim-Kurve drin, dann trotzdem ein bisschen aufpassen, ein bisschen zurückhalten, von der Menge müssen wir jetzt halt ein bisschen abwarten, ne, ich hab, ich meine, oder ich tippe mal irgendwo 15.000, 18.000, bis in die Richtung könnte es gehen, wir haben ja Beispiele gehabt mit Frankfurt, die, glaube ich, mal 13.000 hatten, Schalke irgendwie, die bis zu 15.000 hatten, und, ähm, und Hoffenheim hat halt, hier vom Kicker genannt, für diese Saison offiziell 11.500 Dauerkarten, es passen 30.000 und ein paar zerquetschte rein, das heißt, wir können eigentlich vom Ding her nur maximal 18.500 Karten kaufen, außer irgendwelche Dauerkarteninhaber haben die Karten zurückgegeben in den Verkauf, weiß ich, ob das geht bei Hoffenheim oder wie das geht, ähm, oder wie sich das eben dann darstellt, für das spezifische Spiel, keine Ahnung, also vom Ding her, wenn man es mal so ganz simpel nimmt, können wir jetzt nicht mit 20.000 angereist sein, das klappt eigentlich nicht rein rechnerisch, ne, aber irgendwo in diesem Bereich 15.000 bis eben diese 18.500, wird man, glaube ich, schon sein, offizielle, offizielle Zahlen wird es sich eh schwer mit tun, ne, weil der VfB hat ja eigentlich nur die Zahlen von sich, von seinem Auswärtsblock, diese 3.000, was es da sind, Hoffenheim hat eigentlich auch nur die, die, die Zahlen, die halt verkauft werden, im freien Verkauf, schreibst du ja nicht mit dazu, ich bin VfB-Fan und kaufe mir eine Karte im freien Verkauf, deswegen wird es da schwer werden, wird viel Augenmaß werden, aber in dem Bereich von diesen 15.000, mehr als 15.000 wird es, glaube ich, schon sein und das habe ich auch mal so reinbetitelt in den ganz kurzen Einheizer-Trailer, wie auch immer, wer ihn nicht gesehen hat, gestern hochgeladen, die Fandom-Version mit ein bisschen Choreos, wie wir hatten gegen Hoffenheim, auch nochmal Standing zeigen, ne, Tradition zeigen und so weiter und so fort, auch mit, ja, Stimmung und Toren aus dem letzten Spiel in Hoffenheim, gerne reinschauen, auch da habe ich das mit reingeschrieben mit über 15.000 und auch hier nochmal das zum Thema Hoffenheim-Spiel, ich hoffe so sehr, ich hoffe so sehr, du darfst halt auch wirklich nirgends irgendwie auch vom Mindset her natürlich mit einer Erwartungshaltung reingehen, ja, die schlagen mal auch noch, die schlagen mal auch noch, die schlagen mal auch noch, habe ich auch schon oft gesagt, aber in Hoffenheim habe ich echt, die Erwartungshaltung ist sehr, sehr hoch, beziehungsweise der Druck dahinter von mir in mir drin ist sehr, sehr hoch, da hast du in Hoffenheim gewinnst, ey, weil du hast die letzten Jahre dann nur Scheiße gefressen, wir waren auch die letzten Jahre da ja immer wieder dabei, 2018, glaube ich, war das dann irgendwann an einem Mittwochabendspiel, ich glaube sogar 18.30 am Pfiff, kurz vor Schluss verloren, war ganz eklig, dann letzten beiden Saisons war ich ja dabei, das eine war ja, ich glaube sogar beide Tore noch kassiert, kurz vor Schluss, um das Ding noch zu verlieren, ja, beim ersten Spiel, wo die Fans, glaube ich, wieder so richtig dabei waren, auswärts auch noch unter Corona-Bedingungen, dies, das, Stimmung war da immer geil, Fanansturm war da immer stark, jetzt vergleich es zum letzten Spiel, da waren wir auch wieder an dem Dienstag, ne, also auch von Ansetzung her war ich schon sehr happy, als es dann irgendwann vor Monaten, ja, glaube ich, kam, dass Hoffenheim ein Samstagabendspiel sein wird, weil da war es jetzt halt Mittwochabend, Freitagabend, Dienstagabend, ist nicht attraktiv für Fans, ist einfach nicht so, jetzt auch letzte Saison, aber Dienstagabend, trotz Labbadia oder trotz, ja, Trainerwechsel, trotz schlechter Saison bis dahin, schwieriger Saison bis dahin, waren da auch, glaube ich, 7.000, 8.000 Fans da, aber jetzt eben so ein Samstagnachmittag, Samstagabend gibt eben noch mehr die Basis für das, was eben auch passiert ist, nämlich das wäre wahrscheinlich echt mit über 15.000 hinfährst, statt eben mit 7.800, deswegen, auch da war ich ja auch dabei, letzte Minute noch kassiert, das Ding von Grammaritsches Traumturm mit 2.2 rausgelaufen, diese lächerliche gelb-rote Karte für Armada, letzten Jahre in Hoffenheim hat der VfB nur Scheiße gefressen, auch wir als Fans, die da mitfahren, Heimspiel gemacht haben, auch mit 7.000 ist ja auch ganz klar, aber eben nicht belohnt wurden, ergebnismäßig dafür, wirklich Scheiße gefressen in Hoffenheim, auch da seit 2013 nicht mehr gewonnen dort, deswegen ist da der Nachdruck in mir wirklich sehr, sehr groß, plus eben dieses Gesamterlebnis, letztes Jahr, wie gesagt, fährst da hin mit 7.000, 8.000, geile Stimmung, Heimspiel und sowas, führst und dann doch noch 2.2, hat es natürlich ein bisschen gekillt und dieses Ding von wegen, da fährt gefühlt halb Stuttgart hin, da fahren über 15.000 hin, da machst du ein Heimspiel draus, du hast Samstag 18.30, Einzelspiel, alle gucken auf dich, Topspielansetzung, alle schauen dich gerade, die so mehr Fußball- oder Bundesliga interessiert sind, schauen gerade nur auf dich, sehen die Invasion da in Hoffenheim und so weiter und so fort, dann bitte rundet das ab mit einem Sieg dort, dann dort irgendwie so dumm verlieren oder dumm unschieden spielen oder sowas, wäre richtig nervig. Deswegen in Hoffenheim habe ich wirklich sehr, sehr hohe Ambitionen oder Druck in mir, sage ich mal, dass ich da gewinnen möchte, bitte, dass man das wirklich komplett gründen, einen kompletten Feiertag draus macht in Hoffenheim und so tippe ich auch, ich tippe auf einen 1-3-Auswärtssieg vom VfB in Hoffenheim und damit gehen wir weiter noch zu den restlichen Tipps vom Spieltag, so ein Abschluss wie immer, Köln-Leipzig, da kommt irgendwie mein Köln-Fetisch raus, gefühlt in den Tipps, Köln spielt 1-1 im Heimspiel gegen Leipzig, so ein Ding ist das, Heidenheim 1-1 gegen Gladbach, auch da unentschieden, Darmstadt, ja, 0-4 gegen die Bayern, ist halt leider so, Union 1-1 gegen Bremen, glaube ich, Wolfsburg 1-0 gegen Augsburg, die gewinnen dann doch mal wieder, muss sich ja Kovac doch wieder irgendwann in seinem Job noch halten, deswegen irgendwann mal wieder einen Sieg einfahren nach ein paar Zehn-Spielen gefühlt oder sowas. Mainz 1-0 gegen Bochum, wird ein enges Spiel, wichtig für beide, direkt das Duell so ein bisschen da unten, Mainz natürlich hat es noch nötiger, 1-0 Sieg für Mainz, Hoffenheim gerade getippt, 1-3 für den VfB, Freiburg 1-2 gegen Leverkusen, die verlieren das Ding aber nur knapp und Dortmund gewinnt knapp zu Hause gegen Eintracht Frankfurt. Und damit bin ich durch, auch hier wie immer, alle Themen, alles gerne in die Kommentare runter, auch zum Thema Hoffenheim seid ihr dabei, ich bin ja dabei, wisst ihr ja, in Hoffenheim am Start, ich habe unsagbar Bock, schon seit Wochen, seit Monaten ist der Hype da, sonst hätte ich auch nicht da nochmal extra so einen kleinen Einheits, so einen kleinen Trailer geschnitten, das nochmal extra gemacht für so ein Spiel, die Lust ist extrem groß, hoffentlich liefern sie, man kann ja fast davon ausgehen, der VfB liefert aktuell, dass das einfach wirklich in Summe ein kompletter Feiertag wird, da in Hoffenheim ab, ja gut, Anpfiff 1830, aber natürlich auch vom Ding her noch viel früher, dann in Hoffenheim, rund ums Spiel, rund ums Stadion, rund ums Spieltag, deswegen auch sehr, sehr optimistisch, sehr, sehr viel Vorfall, schon seit Monaten, hoffentlich wird man dann in der Form nicht enttäuscht, sag ich mal. Wie immer, alle Quellen und so weiter in den Summel-Links, in der Videobeschreibung ist auch ganz klar, wisst ihr ja Bescheid, auch wie immer gerne kostenlos Like und Aborder lassen, das war das Ende jetzt hier von diesem Dreiteiler, bedanke mich fürs Zuschauen, natürlich bei allen von den Dreiteilen, alles Audio, Podcast-Style, natürlich immer viel mehr fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020